Hallo und herzlich willkommen zum Thema Datenbanken. Ich treffe mich hier mit einer Kollegin. Bis dahin habe ich aber noch ein paar Minuten Zeit für die Frage, wie ist ein Datenbanksystem überhaupt aufgebaut? Das wollen wir uns in diesem Video jetzt ansehen. Nochmal zur Erinnerung. Datenbanksysteme sind Systeme zur elektronischen Datenverwaltung. und können große Datenmengen redundanzfrei, widerspruchsfrei, d.h. konsistent und dauerhaft speichern. Ihr wesentliches Ziel ist es, eine weitgehende Unabhängigkeit von Daten und Anwendungen, die mit diesen Daten arbeiten, zu erreichen. Außerdem soll eine entsprechende Schnittstelle angeboten werden, über die diese Anwendungen dann auch einheitlich auf die Daten zugreifen können. Das ist jedoch Thema eines anderen Videos. Wir sehen uns nun an, wie so ein Datenbanksystem aufgebaut ist. Ein Datenbanksystem besteht aus einem Datenbankmanagementsystem und einer oder mehrerer Datenbanken, wo Daten dauerhaft physisch gespeichert werden. Man könnte also in einem Datenbanksystem eine Kriminaldatenbank oder eine Öffi-Datenbank speichern oder auch die Daten eines Bäckereibetriebes jeweils in einer eigenen Datenbank ablegen. Die Verwaltung und der Zugriff auf die Datenbanken eines Datenbanksystems erfolgt ausschließlich über dessen Datenbankmanagementsystem oder kurz DBMS. Applikationen und somit die Benutzer greifen ausschließlich über dieses auf die Daten zu. Eine Datenbank liegt im Allgemeinen nicht im Hauptspeicher eines Rechners, sondern ist üblicherweise in dessen Sekundärspeicher, also einem Speichermedium wie der Festplatte abgelegt. Sie umfasst oft sehr große Datenmengen, die mehrere BenutzerInnen gleichzeitig bearbeiten können. Dabei darf es zu keinen inkonsistenten Datenzuständen kommen, denn Daten sind teuer und strategisch wichtig. Datenbanken müssen daher zuverlässig sein und auch vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden. Ein Datenbankmanagementsystem ist eine Software, die alle Datenbanken im Datenbanksystem verwaltet. Sie enthält die gesamte Logik und Funktionalität, um die Daten in einer Datenbank persistent zu speichern, unerwünschte Wechselwirkungen durch gleichzeitige Verwendung derselben Daten zu verhindern, Datenschutz und Datensicherheit zu ermöglichen und Anfragen an die Datenbanken zu verarbeiten. Und noch einiges mehr. Hier genannt sind nur die wesentlichen Aufgaben. Ein Datenbankmanagementsystem bietet also unter anderem folgende Funktionalitäten. Es ermöglicht die Datendefinition, das heißt die Struktur einer Datenbank wird aufgebaut. Es erlaubt außerdem die Datenmanipulation, das heißt wir können Daten in der Datenbank pflegen, indem wir Datensätze eingeben, ändern und löschen. Eine weitere Möglichkeit, die uns ein Datenbankmanagementsystem bietet, ist Informationen aus der Datenbank über Datenabfragen zu gewinnen. Des Weiteren unterstützt das Datenbankmanagementsystem durch Mechanismen zur Vergabe von Zugriffsrechten auch die Datensicherheit und den Datenschutz. Darüber hinaus ermöglicht es, Daten zu sichern, zu exportieren und zu importieren. Damit können wir Daten anderswohin übertragen. Ein Datenbankmanagementsystem basiert immer auf einem speziellen Datenmodell. So ein Datenmodell umfasst eine Menge von Konzepten, mit der die Struktur einer Datenbank, das sogenannte Datenbankschema, beschrieben werden kann. Relationale Datenbankmanagementsysteme basieren zum Beispiel auf dem relationalen Datenmodell, einer intuitiven und einfachen Art, Datenintervallen darzustellen. Zu den bekanntesten relationalen Datenbankmanagementsystemen gehören beispielsweise PostgreSQL, IBM DB2, MySQL, Oracle, der Microsoft SQL Server oder SQLite. Daten können dann beispielsweise so aussehen. Hier sehen wir einen Ausschnitt der Daten zu Delikten und Verdächtigen, wie sie in der Datenbank gespeichert sind. Die meisten Datenmodelle umfassen zudem auch eine Menge von Operationen zur Beschreibung von Anfragen und Änderungen an einer Datenbank. Das relationale Datenmodell kennt dabei beispielsweise Abfrageoperationen, wie die Selektion, die Projektion oder den Scheunen und auch Operationen zum Erstellen und Ändern des Datenbankschemas. Relationale Datenbanken setzen dafür als Abfrage- und Manipulationssprache auf die Sprache SQL, kurz für Structured Query Language. So weit, so gut. Nun wissen wir, was ein Datenbanksystem, ein Datenbankmanagementsystem und eine Datenbank ist. Sehen wir uns jetzt den Aufbau einer Datenbank noch aus einer anderen Perspektive an. Das ANSI-SPARC-Drei-Ebenen-Modell hat sich als Standard für den Aufbau von Datenbanken durchgesetzt. Es beschreibt eine prinzipielle Architektur von Datenbanken, an dem sich sowohl die Hersteller von Datenbanksoftware als auch die Betreiber von Datenbanken orientieren sollten. Das ANSI-SPARC-Modell umfasst drei Abstraktionsebenen, die externe, die konzeptuelle und die interne Ebene. Beginnen wir mit der untersten, der internen Ebene. Diese stellt die physische Sicht der Datenbank dar. Eine Datenbank ist im Allgemeinen nicht im Hauptspeicher eines Rechners, sondern in dessen Sekundärspeicher abgelegt. Die interne Ebene umfasst die Sekundärspeicherstruktur, die verwendeten Datenstrukturen und spezielle Zugriffsmechanismen hierauf. Sie wird vom Datenbankadministrator, von der Datenbankadministratorin verwaltet. Zu den Aufgaben gehören insbesondere Maßnahmen zur Laufzeitverbesserung, Verwaltung von Benutzerrechten, Ausfallsicherheit, Datensicherheit und Datenschutz und vieles mehr. Die nächste Ebene der ANSI-SPARC-Architektur ist die konzeptuelle Ebene. Diese beschreibt, welche Daten in der Datenbank gespeichert werden und wie diese miteinander in Beziehung stehen. Das passiert zunächst unabhängig vom Datenbanksystem, in dem ein konzeptuelles Schema, auch semantisches Modell genannt, erstellt wird. Darauf aufbauend wird dann das logische Schema der Datenbank abgeleitet und implementiert. Zentrales Ziel dieser Ebene ist eine redundanzfreie Speicherung der Daten. In dieser Ebene werden auch die Konsistenzanforderungen an die Daten in der Datenbank definiert, sodass im Betrieb keine Inkonsistenzen in den Daten entstehen können. Diese Ebene wird primär vom Datenbankentwickler, von der Datenbankentwicklerin verwaltet. Die externe Ebene der ANSI-SPARC-Architektur enthält schließlich die Benutzersichten auf die Daten, beziehungsweise den Ausschnitt aus den Gesamtdaten, den spezielle BenutzerInnengruppen mit ihren Anwendungen benötigen. Benutzersichten können hilfreich sein, um bestimmten BenutzerInnen nur Ausschnitte des Gesamtdatenmodells zugänglich zu machen oder für Umbenennungen von Attributen, um dem unterschiedlichen Vokabular von Fachabteilungen Rechnung zu tragen. Benutzersichten bieten aber auch die Möglichkeit, einem Benutzer einer BenutzerIn die Sicht auf bestimmte Teile der Datenbank zu verwehren. Die externe Ebene wird vom Datenbankentwickler, von der Datenbankentwicklerin verwaltet. Anwendungen, die Datenbanken nach diesem Modell nutzen, müssen nicht auf die internen Strukturen der Datenbank Rücksicht nehmen. Es ist möglich, die physische Speicherung der Daten teilweise oder ganz zu verändern, ohne dass dies auch eine Änderung des Datenbankschemas nach sich zieht. Für die Anwendung selbst ändert sich also in der externen Ebene gar nichts. Diese Eigenschaft von Datenbanken nennt man physische Datenunabhängigkeit. So müssen Anwendungen auch nicht angepasst werden, wenn verbesserte Speichertechnologien oder Zugriffsstrukturen eingesetzt werden, die in den Anwendungen jedoch entsprechende Leistungsverbesserungen bringen. Datenbanken nach ANSI-Spark bieten darüber hinaus auch noch den Vorteil der logischen Datenunabhängigkeit. Das bedeutet, dass Änderungen des Datenbankschemas auf konzeptueller Ebene keinen Einfluss auf bereits existierende externe Sichten von Anwendungen haben, sofern deren Daten davon unberührt bleiben. Schauen wir uns dazu zum Schluss noch ein Beispiel an. Nehmen wir als Beispiel diese Relation Produkt, der Bäckerei hierher, die vom Verkäufer über eine eigene Verkaufsanwendung verwendet wird, um Preise zu berechnen und Rechnungen zu erstellen. Bislang sind in dieser Tabelle diese Attribute gespeichert. Jetzt soll die Datenbank auch für die Verwaltung von Rezepten erweitert werden. Daher muss eine Relation Rezept erstellt und die Relation Produkt nun um eine Spalte Rezept-ID erweitert werden. Rezepte der Produkte sollen dann vom Bäckerin über eine eigene Anwendung am Tablet aktuell gehalten werden. Für die Applikation des Verkäufers macht das in dieser Architektur kein Problem, denn seine Sicht auf die Daten bleibt dieselbe wie vorher. Die Spalten einer Relation haben auf der konzeptuellen Ebene auch keine fixe Reihenfolge. Daher kann jede Anwendung die Daten beliebig benennen und speichern, ohne dass sich das auf andere Anwendungen auswirkt. Damit können wir einzelnen BenutzerInnen, wie zum Beispiel dem Bäckerin oder dem Verkäufer, unterschiedliche Sichten auf die Daten ermöglichen. Der Bäckerin kann zum Beispiel aus der Relation Produkt nur die Spalten Bezeichnung auf Lager, Kategorie und Rezept-ID sehen und der Verkäufer kann zusätzlich den Verkaufspreis, aber nicht die Rezept-ID sehen. Echt sehr flexibel, so eine Datenbank. Nun zusammenfassend. Ein Datenbanksystem besteht also aus dem Datenbankmanagement-System und aus einer oder mehreren Datenbanken. Außerdem haben wir uns das ANSI Spark 3-Ebenen-Modell angesehen. So haben wir kennengelernt, dass die physische und logische Datenunabhängigkeit wichtige Eigenschaften eines Datenbanksystems sind und welche Vorteile diese bringen. So, Lara ist da. Jetzt aber Schluss für heute. Hallo Lara! Und Servus, bis zum nächsten Mal.